Lass uns die nachher auch mitnehmen. Wusstet ihr eigentlich, dass Chuck Norris seit 30 Jahren schon tot ist? Der Tod traut es ihm einfach nicht zu sagen. Scheiße. Geh einfach nach Hause und du hast nichts gesehen. Was sagst du dazu? Mach einen Abgang. Hey, bist du taub? Mach! 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 Geh! Oh, 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 oh. Ah! Machen Abgang. Hey! Bist du taub? Ja! Notruf der Polizei. Guten Tag. Bist du taub? Ja!